Musik 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 Alle 10 Sekunden, wenn man nur ein Bild zeigt, damit die Leute mal sehen, wie mühselig sowas ist, wenn man sowas macht. Ob ich nicht alle vier beschlagen lasse. Und das klackert. Dieses Geräusch finde ich mega. Und dann durfte ich zum ersten Mal in seine Ohren reinfassen und. Über jeden Fall im Februar im Monat. Von der Kamera kann es besser sehen. Rechte Rüppel sorgen. Ja, haben wir auch lange gemacht. Halt mal vor, halt mal vor der Kamera. Da kannst du den ganzen Huf mitpacken, wenn die eine Lederhautentzündung haben. Riecht ein bisschen wie...